Moin Leute, was es geht, es gibt wieder neue Leaks zu Nintendo Switch 2 und diese sehen dieses Mal wirklich ziemlich gut aus, muss ich sagen, weil es mittlerweile auch irgendwo Sinn ergibt, dass Leaks auf den Markt kommen, ja, wie meine ich das denn? Also wir haben zwar der PS5 Pro gesehen, dass vor Sony sie angekündigt hat, man das Design schon wusste, weil es bekommen ja auch Leute vorgestellt, die bei Firmen arbeiten, die Konsole muss ja auch irgendwo produziert werden, das heißt Mitarbeiter dieser Firmen sehen ja auch diese Konsolen, es werden generell an Hersteller, die Zubehör machen, auch die Details der Konsole ja weiterkriegen, weil es muss ja schon mal vorbereitet werden, ich meine, so ein Konsolen-Release, auch wenn der nächstes Jahr ist, muss ja irgendwann mal die Produktion dafür beginnen und diese Leaks, die jetzt hier sind, sind anscheinend aus der Firma, die auch die Konsolen herstellen und wenn wir uns die mal anschauen, sehen diese wirklich eigentlich gar nicht so verkehrt aus, wir haben hier die Verlinkung zu dem X-Account und wir sehen, das soll im Endeffekt die neue Switch sein und ich muss sagen, ich wäre ziemlich, ziemlich erleichtert, wenn das auf jeden Fall stimmen würde, weil wir sehen hier eigentlich nur ein erweitertes Modell der aktuellen Switch, wenn man nämlich mal so die letzten Jahre von Nintendo anguckt, sehen wir, dass sie immer, wenn neue Konsole rausgekommen sind, auf die Idee gekommen sind, das Konzept zu nehmen und es komplett zu verändern. Betrachten wir mal gerade die letzten drei Konsolen, von der Gamecube auf die Wii war ein ultrakrasser Unterschied, wir hatten eine Konsole wie eine PS2, sag ich jetzt mal und dann kam eine Konsole, die mit einer Fernbedienung gespielt wird, wo man irgendwie rumschlagen konnte, war eine coole Konsole, aber wisst ihr, was ich meine? Das Konzept hat funktioniert, was hat man gemacht, man hat mit der Wii U eine Konsole ausgebracht mit einem großen Pad, wo man viel drüber spielen kann, hat nicht so gut funktioniert und dann ist man davon auf die Switch gegangen, also hat jedes Mal sein Konzept geändert, wenn man das mal so betrachtet und wenn sie jetzt diesen Schritt gehen, in diese Richtung, wäre das eigentlich eher, wir nehmen das, was wir haben und verbessern es einfach nur und das wäre ein ziemlich cooler Schritt, finde ich. Datenmäßig ist sie ein bisschen größer, das sehen wir gleich nochmal, die Joy-Cons sehen sehr stark dann aus, was wir vor Wochen schon mal in anderen Leaks hatten, dass sie magnetisch befestigt werden und nicht mehr mit einer Schiene zum Einrasten, weil wir sehen hier auf jeden Fall keine richtige Schiene, seht ihr, so, wo die so richtig reinziehen, sondern es sieht eher danach aus, dass man die magnetisch einfach nur so reinsteckt und irgendwie festhalten wahrscheinlich, das sehen wir hier auf jeden Fall, aber sonst, die Joy-Cons sehen alle relativ ähnlich aus zum Original. Wir haben hier nochmal ein zweites Bild, hier sehen wir mal, also zum Innenleben kommen wir auch nochmal gleich, aber ich habe davon gar keine Ahnung, irgendwelche Prozessoren und was im Endeffekt, wie, wo beeinflusst, aber wenn ich das richtig sehe, ist das hier unten auch, glaube ich, das Feld, wo die Cartridge reinkommt, das heißt, es wird also immer noch die gleichen Cartridges geben, also wo die Spiele reinkommen. Hier sehen wir nochmal die Rückseite, wenn wir das so betrachten hier, das ist ja wie bei so einem 3D-Modell nur, ja, das ist nicht die fertige Strix, sondern das ist einfach ein 3D-Modell, was erstellt wird. Und, ähm, sieht auf jeden Fall interessant aus, muss ich sagen. Wenn wir jetzt nochmal hier gucken, hier nochmal so ein Verhältnis, das müsste das Verhältnis zu der normalen Switch sein, und man sieht, ist es schon nochmal, also die OLED, ist es schon nochmal einen Ticken größer. Ähm, es müsste ungefähr 3 cm Diagonale sein, habe ich gelesen, die, ich glaube, die aktuelle ist 24 cm und die neue wäre dann 27 cm. Ja, es hätte nicht viel, keine Ahnung, ich meine, man merkt es vielleicht am Ende. Und hier sieht man auch, was ich vorhin meinte mit, ähm, der Schiene. Hier bei der aktuellen Switch hat man ja diese Schiene, die hier reinführt, und hier ist oben und unten keine Einführung für eine Schiene, sondern nur diese Aussparung, wo die Controller reingesteckt werden. Ähm, sieht man hier auch nochmal, hier sieht man es noch ein bisschen besser. Ihr seht, was ich meine, hier kommt, ja, bei der Switch wurden die einfach hier oben so reingeschoben, die Joy-Cons, und hier würde es nichts zum Reinschieben geben, sondern einfach im Endeffekt nur reinstecken. Vielleicht tun die irgendwie nochmal so ein bisschen fester halten, weil sonst könnte man die einfach so rausziehen. Ich denke mal, der wird irgendwie noch ein Mechanismus hinterher sein, und der Magnet ist sehr stark. Ähm, Rückseite sehen wir, ja, nochmal hier, das ist aber die normale Switch zum Verhältnis. Das ist jetzt nicht die OLED, weil das sieht man am Standfuß. Die OLED hat ja auch wie hier diesen großen Standfuß. Ähm, jetzt haben wir hier, genau, hier sehen wir es auch nochmal, bei den Controllern, also hier, da wird im Endeffekt der Controller dann einfach reingesteckt. Ich finde, das sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Also, natürlich, wie gesagt, Leute, ist das alles immer noch mit Vorsicht zu genießen, das kann ich immer noch ändern, aber auf jeden Fall sieht das hier sehr interessant aus, weil hier wird auch, wie gesagt, geschrieben, also hier nochmal, hier sieht man nochmal, genau, hier. Das Gerät wird einen 8 Zoll großen Display haben, um etwa 27 Zentimeter, und zum Vergleich, die OLED hatte 24 Zentimeter, nur dass ihr das nochmal auf jeden Fall wisst. Und hier geht auch nochmal, ähm, das ist jetzt ein Prototyp, Designbilder des neuen Systems zeigen soll. Ursprung des Leaks ist die chinesische Fabrik, in der das Gerät produziert wird, ja. Also, wie gesagt, es kann auch sein, dass es ein älterer Prototyp ist und nicht der aktuelle ist. Also, das muss man auch nochmal so sagen, es ist ja nicht immer so, wie soll ich meinen, es gibt ja mehrere Prototypen, sehr wahrscheinlich. Äh, und hier sind noch ein bisschen die Specs, ich hab hier keine Ahnung, ähm, ehrlich gesagt, was hier unbedingt jetzt hier, ob das der Audiochip oder ob das irgendwas ziemlich cooles ist. Klar, wir haben einen NFC-Reader mit drin, wir haben auch hier oben drin stehen, dass es einen Dock gibt, ja. Also, gut, es war ja klar, warum soll es keinen Dock geben, wenn es vom Konzept an die gleiche Switch bleibt. Ähm, ob das hier irgendwie was Besonderes mit dabei ist, könnt ihr mal gerne die Kommentare schreiben. Ich bin hier auf jeden Fall nicht so drin, dass ich euch sagen kann, was jetzt hier so Besonderes dran ist. Ähm, Mac, wie sagt ihr, im Endeffekt ist es auf jeden Fall erstmal nur ein Gerücht, ein Leak, aber einer, der auf jeden Fall in Richtung geht, wo man sagen könnte, okay, ich glaube jetzt nicht mehr dran, dass die Switch was ganz Abgetrittes macht. Ich hatte ja ein bisschen Sorge gehabt, dass sie auf die Idee kommt, irgendwie ein komplett neues System auf den Markt zu bringen, wie halt Gamecube zu Wii damals. Aber es scheint auf jeden Fall in die Richtung eher nur eine verbesserte Version der aktuellen Switch zu gehen. Und das würde ich wirklich feiern, weil ich fand das Konzept eigentlich ziemlich cool. Handheld, Konsole, klar, es hat ein paar Nachteile gehabt, dass man gewisse Spiele wegen der Limitierung der Hardware nicht spielen konnte. Vielleicht haben das jetzt ja in der neuen etwas besseren bekommen, äh, muss man da mal abwarten. Ich denke mal, wir werden jetzt so langsam in die Richtung gehen, wo wir Infos bekommen. Ähm, also, ich sag mal, aller, aller spätestens, denke ich mal, Ende Oktober wissen wir, ähm, wie sie heißt, wann sie eventuell rauskommt, weil, das würde ich sagen, in diesen Release-Plan belassen. Letztes Mal wurde ja auch die Switch im Oktober angekündigt. Vielleicht bleiben sie ihrem System ja treu. So, Leute, ich sage danke fürs Zuschauen und schreibt mir mal eure Meinung zu der Switch in die Kommentare. Würde ihr es feiern, wenn dieses Switch so aussehen würdet? Oder würdet ihr sagen, nee, feiere ich nicht so? Ich sage vielen Dank, bis zum nächsten Mal und ciao.